Hilfe! Du bist Laurin, König der Zwerge! Zum tausendsten Mal. Es heißt nicht Laurin. Es heißt Laurin. Mit Betonung auf dem Au. Au! Genau! Zu schade, dass der König seinen eigenen Sohn nicht zu eurem Turnier angemeldet hat. Es war ihm wohl zu peinlich. Du wirst niemals in meine Rüstung passen. Das heißt kein Turnier? Nicht für dich, Theo. Ihr werdet schon noch sehen, was ich kann. Wie soll das gehen? Ich werde trotzdem am Turnier teilnehmen. Und dann zeige ich's euch. Ja, so mag ich's.